Willkommen zur ersten Folge, du bist supergeil. Die neue Bergbauern Vanillemilch. Es gibt mehrere wissenschaftliche Beweise für die Schädlichkeit der Kuhmilch. Ich trinke keine Milch, weil ich bin supergeil und superlässig und supercool. Aber ich tu es, Prost. Also ich trinke keine Bergbauern Vanillemilch mehr, weil davon ist mir kotzöbel geworden. Ja, das hat alles seine Wichtigkeit. Ich trinke schon seit Ewigkeiten keine Milch mehr und ich bin gesund, weil ich supergeil bin. Du bist supergeil.